Die Dunkelheit im Winter macht vielen zu arbeiten. Ein Bär kann einfach in Winterschlaf gehen. Wir können immerhin ein paar Kerzen anzünden und es uns gemütlich machen. Aber Achtung! Eine Kerzenflamme ist über 1000 Grad heiss und immer brandgefährlich. Allein im Kanton Bern haben Kerzen im letzten Jahr mehr als 30 brennt verursacht. Wir wollen euch zeigen, wie schnell Kerzen abbrunnen können und ihre Flammen dabei ihr Umfeld entzünden. Eine Kerze brennt schneller ab als man denkt. Habt ihr übrigens gewusst, dass der Mensch beim Schlafen nichts riecht? Darum ist es besonders wichtig, Kerzen nie unbeaufsichtigen zu lassen. Stell die Kerze ausserdem auf eine feuerfeste Unterlage und löscht sie immer, bevor ihr den Raum verlässt. So könnt ihr in der Nacht in Ruhe schlafen. Bitte helft mit, dass es keine Brände gibt.